Hallihallo liebe Freunde Willkommen zu The Elder Scrolls Online und wir sind hier in einem neuen Gebiet das habe ich selber auch noch nicht komplett durchgespielt und zwar das ist Orsinium dachte da spiele ich jetzt einfach mal rein habe ich auch privat das Interesse dabei nebenbei streame ich das ganze auch auf Twitch live gerade während ich das ganze hier aufnehmen und die Aufnahme ist jetzt so eine Woche bevor Somerset rauskommt und ich denke mal bevor wir hier lange los labern und tun und machen dann lege ich einfach mal los wir haben hier die erste Queste hat Orsinium euch geschickt? Seid ihr Teil der Verstärkung? Die Winterkinder kamen aus dem nichts es ging alles so schnell sie haben unsere Fracht in die Hügel geschleppt und die Orkbauern sind ihnen hinterher dann sind Häuptling Basrak und seine Krieger aufgetaucht beruhigt euch erzähl mir was geschehen ist unsere Karawane war auf dem Weg nach Orsinium die neue Orkstadt als plötzlich die Winterkinder über die Wagen her fielen wie Fleischfliegen über eine Skewerpastete die Orkbauern weigerten sich ihre Vorräte verloren zu geben daher verfolgten sie die Marodeure in die Hügel ihr habt zugelassen dass hilflose Bauern den Marodeuren auch nachsetzen? für den Fall dass ihr es noch nicht bemerkt habt diese aufgesprungenen Eicheln sind nicht einmal ihr Gewicht im Blutbeerenpudding wert außerdem waren Häuptling Basrak und seine Orkkrieger da bevor wir uns sammeln konnten er sagte uns wir sollen warten und dann setzte er den Marodeuren nach okay ich zieh los und helfe den Häuptling wusste ich's doch ich mochte euch gleich vom ersten Augenblick an Häuptling Basrak ist groß fies und offenbar ein guter Kämpfer aber das war wirklich eine ganz gewaltige Menge an Plünderern die Winterkinder von Eisherz werden erst aufhören wenn Basrak und alle Orkbauern tot sind ihr beeilt euch besser ihr kommt nicht mit das werde ich später vielleicht ich meine schaut euch doch nur um diese Leute sind verletzt was wenn die Winterkinder zurückkommen jemand muss sie beschützen und verhindern dass sie einer nach dem anderen umgebracht werden wie dem auch sei ich sorge für ihre Sicherheit während ihr Häuptling Basrak helfen geht Könnt ihr mir noch was über Häuptling Basrak erzählen? Er ist ein Häuptling er hat bei einem Ork-Clan das Sagen oder sowas in der Richtung wenn ihr mich fragt ist ihm nicht nur eine Laus über die Leber gelaufen mehr so eine ganze Läuse Kolonie ich glaube er ist zwar kein großer Unterstützer von König Kurok aber er hat uns gerettet bevor er los ist um den Bauern zu helfen äh war der Häuptling Teil eurer Karawane? Nein wir waren die Karawanen wachen Basrak meinte er wäre auf Patrouille gewesen um nach Winterkindern Ausschau zu halten irgendein schrecklicher Kriegsfürst der Reikmann namens Eisherz führt sie an selbst Basrak wurde allein schon bei der Erwähnung seines Namens ein bisschen nervös jetzt geht dem Häuptling helfen bevor es zu spät ist was führt eigentlich eine Weltelfe nach Rottgar diese Karawane hat mich hier hergebracht hatten wir das denn nicht schon geklärt ihr wollt es genauer wissen die Einladung ihr habt auch eine bekommen oder darin war die Rede davon sich im wildesten Land von ganz Tamriel zu behaupten diese Herausforderung konnte ich nicht ablehnen ja äh ich auch nicht so ok dann mal weiter ich denke wir müssen hier geradeaus können wir hier die Questel so retten wir die doch erstmal hier sind wir irgendwas ooooh ok aah verdammt er geht ja schon nie los hier kommst du denn her hier ooooh das geht ja schon gut los hier ooooh ok das da habe ich mich ein bisschen selber überschätzt ich gebe es zu ich wusste auch nicht dass sie gleich feindlich sind äh bist du feindlich freundlich was bist du ok wieder noch da ist ein feind da sind feinde da ist ein feind so ok und wie du holst seine freunde dann wäre die sauer so ok der liegt jetzt auffüllen lassen wir ok der liegt auch gut ooooh ich denke mal das haltet die Köpfe unten und rührt euch nicht Häuptling Basrak wird so schnell er kann mit dem Rest zurück sein wir haben sie gefunden lasst keinen Ork am Leben so hilf uns doch wer bitte ja achso ok jetzt habe ich ein bisschen Hilfe hier äh findest du mal mit anpacken hier wäre schön ok das klappt ja jetzt gut mehr passt auf ach das deutsche Schwert boah dann wäre ich hier wieder an meiner Seite Aua lass das so ja so kommen wir jetzt hin jetzt auch hin abgeschlossen rettet die restlichen ok mal jetzt hier hoch irgendwie hier durch ah aaaah toll sch dann nehmen wir das erste heute noch mit auch nicht schlecht so ich habe gesehen was ihr da draußen getan habt hab Dank dass ihr den Clan Orks geholfen hat ähm gehört ihr zu ich glaube es ist zu spät um ihnen zu helfen Eisherz er hat sie eingefroren der Bastard beherrscht eine Magie wie ich sie noch nie gesehen habe äh gehört ihr zu Häuptchen Basraks Soldaten ja ich gehöre zu Basrak wir waren auf Patrouille als wir gesehen haben wie die Winterkinder die Karawane angriffen als wir die Wagen erreichten hatten die Marodeure bereits die Vorräte gestohlen und eine Gruppe von Orkbauern wollte ihnen nachsetzen diese blöden Bauern und wer ist Eisenherz Ur von Eisherz von all den Kriegsfürsten der Winterkinder die Vodka in den letzten Jahren überfallen haben ist er der mächtigste seit seiner Ankunft aus dem Rake sind die Angriffe viel schlimmer geworden Eisherz ist stark ehrgeizig und höchst gefährlich ich kann mich um Eisherz kümmern ich mag euren Mut doch ich glaube nicht dass ihr ihn hier und heute unter Beweis stellen könnt wenn Eisherz in der Gegend wäre wären wir schon stocksteif gefroren meine Vermutung er hat was er wollte und hat sich aus dem Staub gemacht wirklich eine Schande die Clans im Umland brauchen diese Vorräte die Vorräte der Karawane genug Nahrung und Vorräte um die Clans im Umland durch den Winter zu bringen ohne diese Vorräte werden die Clans hungern Häuptling Basrak wollte die Spur der Marodeure aufnehmen und die Vorräte finden falls er scheitern sollte weiß ich nicht wie es weitergehen soll Naja ihr habt mich überredet wie kann ich helfen? sucht das Gebiet ab und schaut ob ihr irgendwelche Hinweise finden könnt wohin die Marodeure verschwunden sind falls ihr tatsächlich ihre Spur aufnehmen könnt dann findet Häuptling Basrak er wird wissen was zu tun ist ok ich schaue unter jedem Stein nach alles was ihr entdeckt könnte sich als nutzlich erweisen ja das ist auch so unter jedem Stein nachschienen oh den habt ihr unsere Vorräte gebracht ich töte jeden Herzschlag ein Winterkind bis ihr mir sagt was ich wissen will ja ich kriege hier nie rum du bist doch wieder ein Feind ne ah verdammt eingefriert blöd man äh aua was ist das denn? was ist das denn? Harpien ihr bösen bösen Viecher oh da können wir auch ein bisschen helfen hier aber 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 du musst doch hier irgendwo wo ich ah die Vorräte was sind die letzten Vorräte? Schaffen wir diese Kissen hier raus? mal ein bisschen gucken ähm ich mein es jetzt nicht ernst ne Setzt die sich da einfach zu meinen Füßen hin, ey. So. Blödes Viech. Okay. Zwei Stück. Den schalten wir zuerst aus, dem Magier da. Und jetzt kommst du auch noch. Da. Langsam zu voll, oder? Aber aufpassen hier. Kriegsfürst Eisenherz. Ja. Aber wie ist das schon immer eine Aufgabe abgeschlossen? Was ist denn die Nachricht? Oh, da haben wir wieder. Einmal wasser hier jetzt sind. Cool. Hier wieder her stehen, ja. Peiltranks, die müssen wir auch mal wieder irgendwann braun. Da bin ich ein bisschen schlecht bestückt. Da drin habe ich Ocken. Ich weiß ja nicht, ob das so clever ist. Und das Erz, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich hoffe, ihr seid freundlich. Okay. Okay. Dann müssen wir sie noch mal. Ich dachte nur, bevor der mich ja vielleicht runter schießt. Ja, da bestimmt. Dunkles Fleisch und Schleim. Okay. Was haben wir hier noch? Tronblumen. Tronblumenblau. Okay, hier ist noch ein Quest-Pfeil. Ich würde sagen, den nehmen wir auch noch schnell an. Warum dreht dieses Land? Es verheißt Hoffnung und unbegrenzte Möglichkeiten. Doch es verbirgt eine Grube voller giftiger Schlangen. Achtet nicht auf mich. Ich muss mir den Kopf angeschlagen haben. Jetzt muss ich nur noch meine Partner finden. Wenn das Land nur unter meinen Füßen bliebe und der Himmel über meinem Kopf. Was soll ich zugestoßen? Es war ein Albtraum. Wir waren auf dem Weg nach Orsinium, wo wir ein neues Geschäft eröffnen wollten, als diese Winterkinder aus dem Rake auf uns losgegangen sind. Ich habe unsere Tiere heftig die Peitsche spüren lassen. Doch in ihrer Angst sind sie von der Straße heruntergerannt und unser Wagen stürzte um. Wo sind eure Gefährten? Es ist und bleibt mir ein Rätsel. Meine Partner, meine Freunde, sie sind fort. Ich fürchte, sie sind diese Steilwand hinuntergestürzt. Zusammen mit dem Großteil der Bücher, die wir aus Dolchsturz mitgebracht haben. Bitte findet sie. Ich würde euch ja helfen, aber in meinem Kopf dreht sich alles wie ein Kreisel. Naja, ich werde das gut mal drum kümmern. Bitte beeilt euch und findet meine Freunde. Ich fürchte, keiner von uns wird in dieser götterverlassenen Wildnis alleine lange überleben. Erzähl mir mehr über euer Geschäft in Wodka. Unsere Partnerschaft wurde in Dolchsturz geschlossen, wo Jaelore, Travofia und ich einen erfolgreichen Buchhandel aufbauten. Als ich die Gelegenheit ergab, entschieden wir uns nach Arsenium umzusiedeln. Wenn ich nur gewusst hätte, was uns hier erwartet. Ihr und eure Partnerinnen verkauft Bücher? Oh ja, seltene Bücher, beliebte Bücher. Sogar ein paar uralte Schriftrollen, wenn wir welche haben. Und mit unseren Verbindungen ins gesamte Dolchsturzbündnis sind auch Bestellungen kein Problem. Mit unserem Arsenium-Gewerbeschein hatten wir vor, einen Laden in der Stadt zu eröffnen. Ein Arsenium-Gewerbeschein? Wer hätte gedacht, dass Orcs so bürokratisch sein können? In der neuen Stadt läuft nichts ohne die entsprechenden Formulare und Lizenzen. Nach Monaten der Verhandlungen hatten wir endlich die Erlaubnis erhalten, unser Geschäft in Orsinium zu eröffnen. Jaelore's Traum wurde endlich wahr. Ja, die Geschichten über die beiden spare ich mir jetzt einfach mal, kurzerhand. Okay, da sind sie schon wieder, aber da komme ich dazu. Oh ja, eine Synergie. Wie haben wir jetzt? Haltet den Kopf unten und spricht leise. Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wovor habt ihr solche Angst? Harpüjen am anderen Ufer. Könnt ihr sie nicht sehen? Sie kamen aus dem Himmel herab. Diese gefiederten Monster. Ja, ja. Sie haben sich die arme Jaelore geschnappt. Ich glaube, sie haben sie in diese Felsen davongetragen. Ich würde ihnen ja nachsetzen, doch was kann ich schon gegen so viele Harpüjen ausrichten? Hm, Namadin hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Viel Glück und freie Straßen. Ich dachte, Namadin wäre durch den Sturz getötet oder von diesen gefiederten Ungeheuern geholt worden. Falls ihr es denn schafft, den Fluss zu überqueren, so rettet Jaelore und bringt unsere Dokumente in Sicherheit. Hm, was für Dokumente. Jaelore trug den Gewerbeschein bei sich, der es uns gestattet, einen Buchladen in Orsinium zu eröffnen. Ohne diese Dokumente wäre all unsere lange und harte Arbeit völlig umsonst. Hm, ich werde Jaelore finden und Dokumente bergen. Okay, geht weiter. Irgendwas Interessantes. Ah, ja. Moment. Oh, und welchen ist da? Sehr schön. Dann gucken wir doch mal. Die Quest zieht uns hier her. Ich hoffe mal, dass sie nicht allzu lang ist. Mein Hase. Okay. Hä? Oh, Moment. Oh, zur Hölle. Das muss ich jetzt hier irgendwo rein. Hier runter. Ich muss auf die Map gucken. Ja, ich denke immer, ich muss in diesen Dengen rein. Und Harpyn. Das ist aber nicht. Oh, oh. Okay. Ach, komm. Wie machen wir das? Drei Stück. Ich bin verteidig. Ich bin verteidig. Ich bin verteidig. Los, jetzt haben wir sie. Na, also. Lederfetzen. Ah, da ist Jaelore. Das Dokument nehmen. Okay. Ja. Leider nicht lebend gekriegt. Können die Flaschen nicht noch nehmen? Ein Getränk nehmen. Okay. Getränk kann man bestimmt verhökern. So, jetzt gucken wir mal kurz. Schnell auf die Map. Da bin ich, da bin ich. Dann bringen wir einfach schnell den Gewerbeschein hin. Denn, ein Stückchen weiter, das sind ja auch schon die nächste Queste, die wir weiterführen können. Aber, liebe Leute, liebe YouTube Zuschauer, ich mache jetzt hier erstmal für euch Schluss. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir den Gewerbeschein hinbringen. Und, ja. Dann, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und seid mal beim Livestream dabei. Ich sage, ciao.